so jetzt von der nähe betrachtet ist der junge wirklich schrecklich aus wenn den ganzen die art die angeschwollten adern die dort blutern laufenden adern und vater mutter ihr werdet immer bei uns sein auf jeden fall da bin ich mir sicher das muss ja starkes zeug sein ja das ist sehr gute blume sie steht ihr gut danke es muss wirklich mächtiges zeug sein damit es uns beschützt nur stadt gehen ja wollen jetzt wirklich wieder zurück meine er ist jetzt in sicherheit aber wenn wir jetzt wirklich wenn man nicht noch ein bisschen erkunden wollen wir nicht noch ein bisschen die gemäuer kennenlernen und unser leben leben ein paar monate wochen jahre ein grab okay mix nosi das nichts mitzunehmen okay ah ja hier ist sie endlich na dann wollen wir mal hört zu eine sache noch laurentius hat einmal gesagt der weg zum buch sei überseht mit rosen haltet also die augen offen rosen in ordnung werden wir kapitel 9 im schatten des waldes ja wir müssen die medizin für den für den bruder finden dafür glaube ich nichts drum herum da müssen wir wohl aber leider wieder aus dem sicheren verständlich hinaus erste regel zum überleben tritt ihn zwischen die beine wäre der kopf nicht besser du bist so ein weichei ganz vorsichtig ganz vorsichtig ok du wirst rennen ok ich werde jetzt gesneakt was sind das für leute auf der brücke das sind die einwohner sie werden evakuiert lass mich raten der biss wütet hier genau und wo der biss wütet ist wer nicht weit die inquisition und die raten und die raten hast du ihn gekannt ein dieb wir haben zusammengearbeitet er hatte talent das ist also die strafe fürs stehlen ja tot ich will nicht dass sie Arthur so einen stock verpassen los gehen wir können wir hier aufmachen ich knacke das schloss und dann kümmere ich mich um Arthur in Ordnung aber ich dachte dir wo genau ist die universität das große gebäude am anderen ende der stadt nicht zu übersehen glaubst du dass wir uns wiedersehen hoffentlich du schuldest mir was ich dachte ich dachte die strafe fürs ich tue was ich kann fürs stehlen ist hände abschneiden das war mit leider hände abschneiden nicht der tod die hat ziemlich drastische strafe ach so sind wir jetzt alleine an der sender sehr toll aber glaubst du dass sie aus eigenen stücken gehen los bewegt dich wir müssen die letzten von ihnen rausholen keine sorge wir haben es fast geschafft die stadt gehört uns und dann können wir das ganze etwas beschleunigen das ist zwar ein sackgesser aber hier gibt es items so hier sollten wir mal vorbei sneaken ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist mitten in die festung rein da drüben das muss die universität sein ja sehr schön das gefällt mir ganz und gar nicht ist nix das los die das ist eine kathedrale ok ja recht die universität das könnte ein bisschen schwieriger werden das ist die letzte warnung bevor wir euch auf eurem herrschen hier rausschleifen schwieriger weg ok abwerfen sollen wir den nicht oh shit oder doch haben wir noch von dem zeug, von dem letzten zeug was do devorantes genau das könnten wir vielleicht echt gebrauchen das sind die zwei oder hm ich versuche es erstmal ohne wen zu töten vorsicht letzter aufruf auf befehl von groß inquisitor vitalis wird das kriegsrecht ausgehoben die stadt untersteht jetzt der inquisition ok ich weiß nicht ob wir die mit den toten sollten Kriegsrecht? ich kann es nicht glauben warum jetzt? ok wir können auf jeden fall hier mal Feuer machen ok wir müssen wir töten der kommt sonst hier rüber also nicht hier rüber aber wir müssen da hinten hin was? sehr schön so wie kommen wir jetzt hier lang? haben wir irgendwo eine Fackel die wir nehmen können? ah ja hier haben wir Fackel Zeugs Stöcker auch Stöcker genannt äh nur Flächtchen und und auch und 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 verdammt ist ein zweier Schaffen wir nicht Ne, das war blöd, jetzt auf mich zu lenken Lass den einen erstmal verschwinden den anderen Ok, der ist tot und Verstärkung kommt nicht Ok, hier müssen wir trotzdem eine Fackel besuchen das wird eng Können wir vielleicht Es muss doch was bringen Ok, jetzt kommen die hier wieder Es ist nicht so gut Der Misch hier ist gestorben Das soll den nochmal ausschalten Ich weiß es nicht, es ist vielleicht keine gute Idee den auszuschalten Ich soll den herlocken Gefährliche Sache Keiner hier Wenn wir dann zurück gehen Vielleicht entdeckt er uns ja nicht Sehr schön Jetzt gehe ich wieder zurück Und füllen wir dir Hinter ihm her Oh shit Wenn wir jetzt Jetzt müssen wir schnell Sehr schön Sehr schön Und jetzt hier weiter Grandios hat das geklappt Und weiter hier Hier war doch auf jeden Fall noch einer Wir werden auf jeden Fall Der letzte Aufruf, wir haben dir doch gesagt, er ist ein Dreck Wir lassen das Zeug hier natürlich nicht liegen. Ich fürchte und müsse mal lang, wieso das denn was werden, wollen wir irgendwo wackeln? Ah ja, hier, wir können jetzt mal kurz, oh ja, das ist mein Wecker. Genau, da kann man nichts, ok. Wie ein Stock. Äh, ok, das ist mit Stock. Ich glaube, das ist keine gute Idee, da unten durchzugehen. Ich geh mal lieber hier lang. Das ist doch eine bessere Idee. Tja, ich weiß zwar nicht wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Oh, ein Hut. Ritzau, hoffentlich schlafen. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Warte. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Warte. Ich bin ansteckend. Geh weg von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. So vor. Ich kann nichts tun. Oh, Herr, Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Kann ich ihn? Oh, schade, weg ist er. So. Hier können wir nichts rein. Ah, da ist eine Tür. Oh Gott. Hier ist doch Licht, da kommen die nicht, oder? Äh, okay. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Ah ja, hier haben wir ein bisschen eng hier. Können wir hier ans nächste Licht. Oh nein. Wurde entdeckt. Ran, 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 ran. Und jetzt? Okay, wir sind nicht aufgeflogen. Scheiße. Jetzt aber schon. Er hat ne scheiß Rüstung. Okay, das ist gut. Hier haben wir keinen Nachschub. So, ähm, Nachschub herstellen und raus hier, würde ich sagen. Sie wurden alle hingerichtet. Oha. Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er befehlendes Nacht hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Sie sind so gedacht. Das nennt man nicht geblieben. Ohne Sie, sind wir aus. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte nicht festlegen, aber nicht mehr. Geh und bete für Dein Sohn, wenn du schon dabei bist. Was darf mit der Inquisition dich hier raus holen? Wir landen sowieso alle in der Heube. Der ruft glaube ich an den Abend, wenn wir den ausschalten, oder? Das sollten wir vielleicht vermeiden. Vorerst. Hier können wir nicht lang. Hier können wir eine Leiche runter holen. Mit die Ratten ablenken. Wie kommen wir jetzt hier durch, oder was? Das klebt. Hier geht's. Im Rattenkäfig. Hier ist nichts. Da soll ich nicht drüber hüpfen. Hier können wir Feuer machen. Oh, hier wurden entdeckt. Verdammt, Erdnerrüstung. Ich hoffe, er hat keine Verstärkung. Hier rüber. Hier rüber. Das ist vermutlich da durch. Können wir da eine Leiche vom Himmel holen? Gerade eher nicht. Also hier langt. Bin nichts. Ok, was soll uns das bringen? Vielen Dank vielleicht. modelling in etwa hier sind wir nicht rein hier kann man die Fackel entzünden wo wollen wir hin? hier hin ich dachte ich könnte auf den Haufen sehr gut nicht gut wo kann ich hier lang? hier ist Licht ok hier will ich nicht lang hier nicht rein da brennt Licht drin da können wir nicht lang sicher lassen wir hier nicht können wir einen Stein werfen hm Panzer da ist da hinten läuft es doch wieder da müssen wir ne da müssen wir nicht lang ich sehe gerade nicht ich sehe gerade nicht was wir tun können wo wollen wir eigentlich hin? hier mal Fackeln hier mal Fackeln das heißt können wir den Fackeln hier lang hier lang können wir dann mit dem Haufen oder so wo ich weiß nicht vielleicht hier durchkriechen was ist da unter was ist da unter nicht hinsehen nicht hinsehen ich muss an meinem Glauben fest ich muss an meinem Glauben fest an meinem Glauben fest ah hier sind wir jetzt was ist hier ist aber irgendjemand da können wir nicht lang da können wir mal und da können wir Licht machen aber ersten wenn wir ihn ausgeschaltet haben so hier jetzt können wir da glaube ich rüber sehr schön das sieht doch richtig aus sagt sowas nicht geschafft ist erst wenn du drin bist geschafft ist wenn du zurück in der burg bist die universität na bitte weiter kommen wir doch noch an er liegt auf dem weg wo das wird du wirklich daran ist ja es wird ein horror nein bei den friedhof nicht nicht eigentlich nicht verschlossen wenn meli jetzt hier wäre hier muss es doch noch einen anderen eingang geben die muss die inquisition hier aufgestellt haben sieht aus als könnte man sie drehen nicht schlecht der großinquisitor macht eben keine halben sachen ok das macht licht das können wir hier lang Untertitelung des ZDF, 2020